Herzlich Willkommen bei WisDogs Hundetraining. Mein Name ist Mandy und ich bin selbstständige Hundetrainerin und Hundefüßeltherapeutin. Halt, stopp! Ich grüße euch, Artgenossen. Euer roter Kaiser Chiro, der erste und einzig wahre spricht zu euch. Heute erkläre ich euch, warum ihr verwöhnte, verweichlichte, seid, wenn euer Körbchen immer noch vor Spielzeug überquillt. Chiro! Was denn? Lass mich das jetzt erklären. Also, ein erhabener Hund braucht keine Quietschenten, Plüschtiere und anderen für Elefants. Ein erhabener Hund schild einfach. Also, räumt gefälligst eure Körbchen auf, ihr. So, ich übernehme das jetzt mal wieder. Das ist schon sehr vermessen von dir. Einfach unglaublich. Wie kannst du deinen Hund im Alltag sinnvoll beschäftigen? Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es für euren Spaziergang oder für zu Hause? Und warum viel Hundespielzeug nicht gleichbedeutend mit viel adäquater Beschäftigung für deinen Hund ist? Das alles erfährst du in diesem Video. Sei gespannt, los geht's! Egal ob Pferdensuche, Apportieren, Dogdance oder Tricks lernen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, deinen Hund zu beschäftigen. Doch warum ist Beschäftigung für deinen Hund eigentlich so wichtig? Früher hatten so ziemlich alle Hunde noch wichtige Aufgaben. Sie haben den Hof bewacht, Schafe gehütet oder den Menschen bei der Jagd begleitet. Heute ist das anders. Die meisten Hunde, die heute in Industrienationen wie Deutschland in menschlicher Obhut leben, sind einfach nur noch Familienhunde. Sie haben keine richtigen Aufgaben mehr. Sie sollen keine Tiere hüten, sie sollen kein Wild jagen. Allerhöchstens sollen sie mal noch auf das Grundstück aufpassen und selbst da gibt es relativ schnell Ärger mit dem Nachbarn, wenn der Hund ständig bellt. Unsere Familienhunde sind also quasi arbeitslos. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen alternative Beschäftigungen bieten. Wenn wir das nämlich nicht tun, kommt es oft zu Unterforderungen oder Langeweile und das ist dann sehr häufig ein Grund für unerwünschtes Verhalten. Es kommt also immer wieder vor, dass mich Hundehalter fragen, wie kann ich meinen Hund sinnvoll beschäftigen? Vor allem eine gewisse Alltagstauglichkeit und die Möglichkeit, diese Beschäftigung auf dem Spaziergang oder zu Hause umzusetzen, ist vielen Hundehaltern wichtig. Im Folgenden geht es deswegen um Beschäftigungen, die du tatsächlich beim Gassigang oder zu Hause ganz einfach umsetzen kannst. Zuerst einmal unterscheiden wir zwei Beschäftigungsformen, von denen du mit Sicherheit auch schon mal gehört hast. Beschäftigung kann deinen Hund nämlich entweder körperlich und oder geistig auslasten. Während körperliche Auslastung hauptsächlich durch bewegungsintensive Beschäftigung stattfindet, findet geistige Auslastung eben hauptsächlich durch das Benutzen des Köpfchens statt. Wirklich trennscharf kann man die meisten Beschäftigungen nicht in diese beiden Kategorien aufteilen, denn die meisten Beschäftigungen lasten deinen Hund sowohl körperlich als auch geistig aus, nur eben in verschiedenem Maße. Wie viel körperliche oder wie viel geistige Auslastung ein Hund braucht, ist ziemlich individuell. Die meisten Hundehalter haben meiner Erfahrung nach aber ein ziemlich gutes Gespür dafür, ob ihr Hund eher körperlich ausgelastet oder mehr geistig ausgelastet werden möchte. Ich stelle dir jetzt also verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Ich habe diese jeweils mit einem Score bewertet, in dem du siehst, wie viel körperliche Auslastung und wie viel geistige Auslastung bringt dir diese Beschäftigung für deinen Hund. Beginnen wir mit der Nasenarbeit bzw. dem Suchen. Hierbei setzt der Hund seine Nase ein, um einem Geruch nachzuspüren. Die Nasenarbeit ist meiner Meinung nach eine der hundegerechtesten Beschäftigungsformen, denn der Geruchssinn ist bei unseren modernen Hunden nach wie vor stark ausgebildet. Hunde nehmen ihre Umwelt hauptsächlich über Gerüche wahr, deshalb ist es nur naheliegend, sie über diesen Hochleistungssinn auszulasten. Hunde lernen das Schnüffeln und das Verfolgen einer Geruchsspur extrem schnell. Ein bisschen Training führt hier also sehr zügig zu ersten Erfolgen. Das gezielte Schnüffeln verbraucht sehr viel Wasser, was du vor allem an warmen Tagen und bei längeren Sucheinheiten berücksichtigen solltest. Insgesamt kann Nasenarbeit eine tolle Balance zwischen körperlicher und geistiger Auslastung sein. Ich vergebe daher 4 von 5 Pfoten für die körperliche und 3 von 5 Pfoten für die geistige Auslastung. Hier ein paar Ideen für den Einsatz von Nasenarbeit beim Gassigehen. Du könntest zum Beispiel Leckerlis verstecken. In Baumrinde, an Sträuchern oder in Baumstümpfen. Du könntest einen Futterbeutel oder einen Gegenstand verstecken, den dein Hund finden muss. Und natürlich kannst du Nasenarbeit auch zu Hause machen. Auch zu Hause kannst du Futter oder den Futterbeutel verstecken. So könnte sich dein Hund zum Beispiel eine ganze Mahlzeit erarbeiten, wenn draußen blödes Wetter ist. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen für drin ist das Tee-Trailen bzw. das Teebeutel erschnüffeln. Teebeutel eignen sich nämlich wunderbar zum Pferdenziehen oder zum Training von Geruchsdifferenzierung. Wohlgemerkt brauchst du dafür keinen nassen Teebeutel, es reicht ein Trockner. In der Wohnung legt der Hund vielleicht keine große Strecke zurück, doch vor allem bei der Geruchsdifferenzierung muss er schon mal seine grauen Zellen anstrengen. Kommen wir als nächstes zum Apportieren. Das wirst du sicherlich kennen. Vereinfacht formuliert bedeutet Apportieren, dass der Hund einen Gegenstand zu dir zurückbringt. Doch beim Apportieren gibt es einiges zu beachten, damit diese Beschäftigung nicht versehentlich zu unerwünschten Verhaltensweisen führt. Ich möchte deshalb an dieser Stelle ganz klar sagen, stupides Bällchen schmeißen und Bällchen holen ist keine adäquate Beschäftigung und führt in den meisten Fällen zu unerwünschten Verhaltensweisen und unangenehmen Übersprungshandlungen. Es lastet deinen Hund noch nicht mal in der Form aus, wie du dir das vielleicht wünschst. Wenn dein Hund unkontrolliert und sofort einem geworfenen Gegenstand hinterher rennt, befindet er sich in einer Jagdsequenz, nämlich im Hetzen. Bei diesem Hetzen wird automatisch vom Körper ein Cocktail an Botenstoffen und Hormonen ins Blut ausgeschüttet, die aufputschend und stressfördernd wirken. In der Jagd ist dieser Hormoncocktail absolut sinnvoll. Er bringt das Raubtier dazu, dran zu bleiben und die Beute weiter zu verfolgen. Für deinen Hund bedeutet das, dass er in einem ständigen Adrenalinrausch ist. Mit diesem wiederholten Schmeißen holen, Schmeißen holen, Schmeißen holen förderst du die Empfindlichkeit deines Hundes auf Bewegungsreize extrem. Hunde, die extrem objektfixiert sind, bezeichnet man auch gerne als Balljunkies. Denn tatsächlich spielen sich im Gehirn eines Hundes, der auf Bälle oder andere Wurfutensilien fixiert ist, ähnliche Prozesse ab wie im Kopf eines Drogensüchtigen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht erstrebenswert ist. Doch richtig aufgebaut und angewendet ist Apportieren eine tolle Möglichkeit, um deinen Hund körperlich und geistig auszulasten. Im ersten Schritt lernt dein Hund einem geworfenen oder fallen gelassenen Gegenstand, wie zum Beispiel diesem Dummy, nicht hinterher zu rennen. Der Dummy wird erst geholt, wenn du deinen Hund schickst. Im weiteren Verlauf könnte dein Hund zum Beispiel lernen, einen bestimmten Dummy aus mehreren verschiedenen zu apportieren. Das gleiche kannst du auch mit verschiedenen Plüschtieren machen. Oder du kombinierst das Apportieren mit der Nasenarbeit und versteckst den Dummy. Ich lasse meine Hunde zum Beispiel gern den Futterbeutel apportieren. Damit können sie sich einen Teil ihrer täglichen Mahlzeit erarbeiten und sind sozusagen mit mir auf Jagd. Auf meinem Score vergebe ich deshalb für die geistige Auslastung 4 von 5 Pfoten und für die körperliche Auslastung ebenfalls 4 von 5 Pfoten. Dann gibt es noch Grundgehorsamkeits- und Tricktraining. Natürlich ist das Training von Grundgehorsam wie Sitz, Platz, Bleib, Rückruf ebenfalls Beschäftigung. Hier steht die Kooperation mit dir im Fokus, weshalb diese Form der Beschäftigung vor allem für Hunde geeignet ist, die gerne mit ihren Menschen zusammenarbeiten. Ob du nun Elemente aus der Unterordnung wie das Fußlaufen einbindest oder dir verschiedene Anreize aus dem Rallye-Obedience holst, das bleibt dabei ganz dir überlassen. Es ist auf jeden Fall nie falsch, an Grundgehorsam zu arbeiten. Achte nur darauf, dass dein Hund genügend Pausen bekommt, damit er sich akklimatisieren kann oder wie ich es so schön sage, sein Hirn lüften kann. Auch das Erlernen und Ausbauen von immer neuen Tricks kann eine tolle Beschäftigung sein. Mach dir dabei ruhig deine Umwelt zunutze. Dein Hund könnte zum Beispiel lernen, an einem Baum hochzustehen, irgendwo drauf zu klettern oder dir bestimmte Dinge, auf die du zeigst, zu bringen. Zu Hause könnte dir dein Hund ein Haushaltshelfer sein, indem du ihm zum Beispiel beibringst, Socken in den Wäschekorb zu bringen, die Türen zu eröffnen oder zu schließen oder das Licht an- und auszuschalten. Beim Gehorsamkeits- und Tricktraining liegt der Fokus ganz klar auf der geistigen Auslastung. Ich vergebe deswegen auf dem Score 3 von 5 Pfoten für die körperliche Auslastung und 5 von 5 Pfoten für die geistige Auslastung. Der Wald- und Wiesenparcours Na, hast du vielleicht auch schon an einen eigenen Agility-Parcours im Garten gedacht? Brauchst du nicht. Der beste Parcours für deinen Hund ist direkt vor deiner Tür. Oder im nächsten Park oder im nächsten Wald. Willst du deinen Hund mal motorisch richtig fordern? Dann könntest du mit ihm zum Beispiel über eine Waldfläche laufen, auf der viel Geäst liegt und viele Baumstümpfe stehen. Hierbei geht es wohlgemerkt nicht um Schnelligkeit, sondern um Trittsicherheit. Dein Hund soll lernen, seinen Körper besser wahrzunehmen und sich vorsichtig einen Weg durchs Unterholz zu suchen. Vor allem für sogenannte Hibbelhunde finde ich das eine super Möglichkeit, ihren Körper besser kennenzulernen und sich selbst zu regulieren. Mach dir deine Umwelt zunutze. Schau, was du für dich und deinen Hund als Parcours nutzen kannst. Wald- und Wiesenparcours sind sowohl körperlich als auch geistig fordernd. Ich vergebe deshalb auf meinem Score 4 von 5 Pfoten für die körperliche Auslastung und 4 von 5 Pfoten für die geistige Auslastung. Das war es mit meinen Vorschlägen für sinnvolle alltägliche Beschäftigung mit deinem Hund. Ich hoffe, es waren ein paar spannende neue Sachen für dich dabei. Jetzt möchte ich euch noch sagen, was es mit dem vielen Hundespielzeug im Körbchen zu tun hat und warum das tatsächlich nicht so sinnvoll ist. Hab ich doch schon erklärt. Wenn ein Hund den ganzen Tag Spielsachen zur freien Verfügung hat, passieren in der Regel zwei Dinge. Variante 1, der Hund interessiert sich nicht mehr für die Spielsachen, lässt sie links liegen. Ihr könnt ihn damit vielleicht auch gar nicht mehr motivieren oder auch gar nicht mehr richtig mit ihm spielen. Oder Variante 2, er macht die Dinge kaputt, frisst eventuell einzelne Teile und wir sind uns, glaube ich, einig, dass das für seine Gesundheit nicht förderlich ist. Hol die Sachen raus, wenn du mit ihm aktiv werden möchtest und pack die Sachen weg, wenn das Spiel vorbei ist. Die sollen einfach mal chillen. Und jetzt gib mir endlich den Keks. In zwei Wochen kommt das nächste Video zum Hunde ABC. Diesmal geht es um C wie... Hm. Ja, C wie was eigentlich? Das würde ich diesmal gerne in eure Hände legen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, zu welcher Sache mit Hunden mit dem Anfangsbuchstaben C ihr weitere Infos und ein Video haben möchtet. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Das war es mit dem Video. Ich freue mich sehr, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder hier auf dem Kanal von WisDogs. Bis dahin. Ciao. Du sitzt auf dem Mikrofon. Ist der Popschutz ab. Gib mir den Popschutz her. Alles voller Hunde. Liest du etwa ab? Einfach unglaublich. Weiter vorne kann man mich besser sehen. Na gut, dann eben nicht. Soll ich mich hinlegen? Hinsetzen? Entscheide dich mal. Ach, ich hab keinen Bock mehr.